Bevor es jetzt losgeht, ab jetzt habe ich einen neuen Partner, aowab.com, Link dazu in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr Rocket League Items und auch Keys kaufen und verkaufen. Und mit dem Gutscheincode AnyArt bekommt ihr sogar noch 3% Rabatt auf jeden Einkauf. Und jetzt viel Spaß. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Rocket League und auch heute wieder mit dem Dalu. Hallo. Und Dom. Hallo. Auch dabei. Was? Ich habe mal kurz den Anschluss hier gemacht, spontan. Naja. Wieder ranked 3 gegen 3 hier. Oh, scheiße ey. Ich bin da. Ah, habt ihr auch nochmal nach vorne gespielt? Äh, hier? Ah, ne, hab ich nicht mehr bekommen. Schade. Oh, der kommt blöd. Ja, der ist richtig blöd, weil ich den auch nicht sehe, weil ich den ist im Nacken ab. Ja, ihr habt den mal nochmal gesaved hier. Aber der ist rüber, okay. Aber der wird nochmal gefährlich. Ja, aber gut. Guckst du dann da, du? Ja. Okay. Hallo, wieder? Äh, hab ich nochmal nach vorne. Kommt wieder. Schönes Ding. Hast du nochmal? Kannst du den reinspielen, nach oben irgendwie? Äh, noch einmal reinbringen? Ich wollte ihn nochmal höher. Ja, cool. Habt ihr gesehen, mein Tor? War richtig krass. Das sah schon ganz gut aus. Ich weiß auch nicht, was er da vorhatte. Ja, er dachte halt auch, du triffst. Ja, er wollte dann dieses Tor wahrscheinlich reinbringen. Ja, wahrscheinlich schon. Das ist ja meine bekannte Taktik, dass die Leute denken, ich treff den. Ja, der ist da ganz komisch angefangen, der Typie. Oh, ich komm. Schön. Doch mal. Aua, ich wurde gerammt. Oh, das ist nicht gut. Okay. Hab ich. Hast du nochmal, Dalu? Schön. Rüber. Oh, ein bisschen. Ah, kann ich es machen, leider. Ein sicheres Tor. Na, warte, ich hab den nochmal nach vorne. Ich bin nochmal zweiter Pfosten. Einmal mit Wucht reinbringen. Ah, schade. Hat der geblockt. Schade, ich geh nicht mal hinten. Der kommt auch schon. Ja, ich weiß. Nö, den hat er nicht gehabt. Ist vorbeigefahren. Sehr schön. Nehme ich nochmal kurz. Und jetzt. Ah, schade. Ich konnte wenigstens hier bremsen. Ich bin nochmal hinten. Der ist oben in der Mitte. Hab ich. Oh, oh, oh. Oh Gott. Der wurde gefährlich. Der ist immer noch gefährlich. Oh. Wollte nicht nehmen, so. Okay, normal. Ich weiß nicht, weil ich hab keinen Boost. Du musst ihn machen. Okay. Oh Gott, immer noch keinen Boost. Ja, der ist immer noch da. Hab ich jetzt, hoffentlich. Hoffentlich. Äh, okay. Jetzt hab ich keinen Boost. Was geht euch allen denn der Boost aus? Der ansteckende Tier. Wie die Grippe. Ah, scheiße. Na. Alles gut. Ich bin im Zor wieder. Ball kommt wieder. Mhm. Oh. Boah, Alter. Uah. Der ist böse jetzt. Nee, das schimpfst du nicht, verdammt. Uah. Pff. Ha. Okay. Ich hab den selbst weggehauen. Da fliegt er. Oh. Ja, die wollen aber auch alle. Oh Gott. Schön. Alles gut. Ah, ich wurde gerammt. Oh Gott. Aua, ich wurde gerammt. Ah, Mist. Hatte ich ihm das Tor weggerammt. Ja, leider schon. Ich wollte gerade hoch. Muss ich aber nochmal kurz positionieren hier. Aber das war nicht mal gewollt. Das war einfach unglücklich. Na, scheiße, ey. Oh, kommt's doch nach vorne so. Aua. Habe ich. Mist. Ja, leider. Okay. Gerade drüber. Ich bin im Zor wieder. Ja, ja. Ich hab den. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Der Ball geht nur da weg, ey. Oh. Ja, da, du. Schön. Achtung, der kommt. Nice, nice, nice. Alles gut. Leider kein Boost. Der kommt. Alleine. Oh. Versuch dazwischen zu gehen. Schön. Wichtig. Vorsicht, der kommt nochmal. Naja, keine Chance. Ah, Mist, Mist, Mist. Der kam Boost. Ja, auf den müssen wir aufpassen. Okay, jetzt. Wir können uns aber noch schaffen. Ich fahr. Ich mach jetzt ein bisschen offensiver. Entschuldigung, ich wusste jetzt, weil du gesagt hast, offensiver, wusste ich nicht, ob du das Tor bist. Okay, hab ich. Kommst du nochmal. Schön. Jetzt. Ja. Ja. Jetzt. Nein. Oh, der kommt. Nein, 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 nein. Ganz blöd. Oh Gott. Ganz, ganz blöd. Nein. Schön, wichtig, der ist weg, oder? Okay. Alles gut. Alles gut. Ich geh mal da zur Seite. Ich geh. Oh, 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 okay, mach du. Ich bin tot. Der kommt. Ich bin jetzt hinten. Ja, da, du, da, du, schön, schade. Ich hab einen Griff an der Bande gehabt. Da kommt, da. No, nochmal. Nicht. Doch, 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 doch. Ach, Mist. Gesehen. Uns läuft die Zeit davon. Er ist wieder in der Mitte. Dort bin ich hier unten. Okay. Nee, aber jetzt noch einmal. Ja, komm. Jetzt, der ist nach vorne, komm. Ah, kommen wir nicht hin. Ja. Ich aber. Och, come on. Nochmal Mitte. Nein. Kann doch nicht sein. Scheiße. Oh nein. Oh, der ist ganz ungut. Der Abpraller war so böse. Wir hatten die Chance, Alter. So ein Pech. So ein Pech. Der wollte es einfach nicht reingehen. Nee. Irgendwie nicht so. Auch. Ja. Geh nochmal rein, komm. Ja, ja. Neun Sekunden noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, nochmal genau so ein Anstoß. Okay. Fährst du? Äh. Ich gehe. Wir müssen alle drauf. Ich hol mir hier boost, wie immer. Ja, komm, Dalu, komm, Dalu, komm, Dalu, komm, Dalu. Du wolltest du nicht stoßen. Ich habe ihn verfehlt. Ja, Nick, du nochmal. Nein. Er ist noch, er ist noch, er ist noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es vorbei. Ah, Mann. Schade, ey. War knapp. Spannendes Spiel. Okay, jetzt gewinnen wir mal das Ding wieder. Ich bin rechts. Ja, schönes Ding. Ja, komm. Jetzt aber nicht. Ah. Wissen wir, wer drin gewesen wäre, aber. Ja, komm. Och, schade. Mach Dump den halt. Juhu. War nicht so schön. Wir haben Dalu und ich die Beide versucht zu holen, ne? Da hätte ich jetzt noch Dump's geholt. Ja, das wäre es noch gewesen. Da würde ich noch rausgauen, hätte es jetzt. Ja, schön. Och. Der war ganz ungünstig. So, rechten Seite ist besser. Okay. Hat der Gegner gemacht, ja. Nein, der ist weg. Ja. Ich nehme auf mit dem Ball hier. Oh Gott, sorry. Das war knapp. Ja. Bisschen. Hier, ich habe ihn enorm hinterher geworfen. Ja. Ja, schön. Einer von euch muss nochmal weitermachen. Habe ich? Nein, ging nicht. Aber doof. Oh. Ah, ich gehe draus. Was hat er denn vor? Ah, bin tot. Das hat er gehört, dass du drauf gehst. Er hätte es noch anders verstanden. Oh, sorry. Alles gut, sorry. Oh, schade. Na, schön. Gut. Gut. Ja, ich gehe nochmal hinterher. Oh, okay. Da habe ich dich nicht anders gesehen. Ich gehe mal zurück gerade. Ich hätte es in der Mitte gewartet. Schon da, bin schon da. Oh Gott. Wichtig. Aber der ist hoch und war nicht bei dem Tor. Nein, der hat er sogar. Schön. Ah, der kommt gefährlich. Dann kommt er aber nicht gut. Der aber nochmal. Schön habe ich nochmal. Hoffentlich. Ja, der wird es mal. Ne. Ah, war schwierig. Ich habe ihn tot, den Typen. Schön. Schön. Einmal rein. Ah, kommst du nicht mehr, ne? Ne, ich habe nicht. Da war eine Drehung zu viel dann drin am Ende. Oh, oh, oh. Hat er nicht. Hat er sogar immer noch. Oh, Gott. Ich lasse den ja mit zweit mal. Können die den nicht auch mal verfehlen, wenn ich damit rechne? Ne? Doch, dass der schon wieder verfehlt hat, der erste. Ach, ja. Okay. Chancen jetzt nutzen, das haben wir so viel wie gerade eben. Nein. Komm, hau ihn aber rein. Oh Gott. Ich muss zurück. Der nicht. Nice. Ah, dann kommen wir nicht mehr hinterher. Natürlich der dann. Dann hat er den. Okay. Oh, was? Und dann ist er drin. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Immer so. Ja, wir hatten die Chance, wir nutzen sie aber einfach nicht. Zehn Chancen für uns, eine für den Gegner. Okay. Hm. Na, Vorsicht. Ah, der kommt gut. Komm, hast du nicht. Ah, Mann. Wow. Oh nein. Jetzt sag nicht, dass der drin ist. Der ist sowas von drin. Wow, also ganz ehrlich, so. Ganz ehrlich, sowas. Mit diesen ärgerlichen Matches. Ja. Da war der Tonschuss. Wow. Geht ihm gerade. Zwei Minuten nachher. Der kommt Mitte. Ja. Lass, lass, lass. Okay. Ihm gerne. Oh, ich bin Outplayed gerade noch. Achtung. Hinten aufpassen. Ja. Schön. Ah, zumindest angehalten. Okay, gut. Einer von euch. Schönes Ding. Oh. Sorry. Ah, sorry. Komm. Ja. Schön. Nachher. Lass, lass, lass. Habe ich. Ah, ich dachte, ich kann ihn nochmal bekommen, den Ball. Alter, wir sind direkt hier. Ja, ich weiß. I'm trying. Ja, komm jetzt aber. Okay, komm. Kann ja nicht sein. Ja, der kommt gefährlich. Oh, Gott. Habe ich. Ja, aber den haben wir noch. Komm, pass. Mann, ich wollte den abprallen lassen. Also, den Rebound nehmen. Scheiße. Es ist doch nicht möglich. Und wieder ein Kontertor. Zack. Wow, ey. Also, Mann, Mann, Mann. Gibt es ein zweites Mal den nerven? Ah, das. Ah, okay. Nochmal. Zweites Mal. Okay, nochmal. Wir können es halt schaffen. Ja, komm, das war jetzt gut der Ball. 5 Sekunden Anstoß Tor. Jetzt, der ist drin. Ich sehe das. Okay. Ja, die rebounden jeden Ball gerade. Ja, komm. Ah, schade. Schade. Okay, muss ich die Fassung verlieren. Ah, die kriegen ja auch jeden Ball in der Luft. Naja, ich komme da auch nicht ran. Ja, das ist irgendwie... Aber wir spielen auch wirklich, muss man sagen, gegen echt gute Gegner, die wirklich schon hochgerankt sind, glaube ich. Ja, komm, nochmal reinhauen. Merkt man auch. Mist, ne. Naja, also guck mal, wie jeden Ball... Wenn es auch noch reingeht, dann critze ich. Ja, okay, ich critze. So. Ganz ehrlich, wie jeden Ball hier... Oh, das kann nicht sein, ey. Unfassbar. Unfassbar, wie jeder Ball... Wie der Konzer einfach reingeht. Das triggert mich schon ein bisschen gerade. Aber gut. Gerade schade. Ja. War das schon so zweites Verschirm? Diamond 3. Diamond 2. Ja, war schon. Das erklärt dann auch so einiges. Sehr gut. Dann trotzdem, uns würde ich vielen lieben Dank fürs Ansehen und macht es gut bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.